Herzlich willkommen zum dritten Einzelthema im Modul Nachhaltiges Bauen. Heute sprechen wir über Ressourcenschonung und Umweltschutz. Das hängt eng zusammen, wie wir dann auch später sehen werden. Sie sehen jetzt hier erstmal ein Beispiel, man könnte sagen, wie man es nicht macht. Das ist nämlich ein offener Abbau letzten Endes von einem nicht nachwachsenden Rohstoff und das ist nicht damit gemeint, wenn ich von Ressourcenschonung spreche. Wie hängt das hier zusammen? Wir sind immer noch im ersten Themenblock. Wir sprechen jetzt zum ersten Mal über ein konkretes Thema, nämlich Ressourcenschonung. Das werden wir das nächste Mal noch weiter vertiefen. Da werden wir dann auch über Widerstandsfähigkeit sprechen müssen, bevor dann unser nächstes Meeting ansteht und Sie diese Kriterien, die wir bislang kennengelernt haben, auf Ihr Projekt anwenden können. Was heißt denn Ressourcenschonung? Wer muss denn da was und wie schonen? Welche Prinzipien gibt es da? Natürlich ist es einfach, ein Beispiel zu finden, wie jetzt hier ein Steinkohleabbaugebiet in Australien von nicht nachwachsenden Rohstoffen. Und das Problem ist relativ einfach erklärt, dass nämlich zwar dieser Abbau allein der Menge Steinkohle in Australien noch eine Reichweite, eine globale Reichweite von 100 Jahren hat, also einen sehr langen Zeitraum eigentlich. Aber wenn man sich überlegt, wie unser gesellschaftliches, wirtschaftliches Prinzip funktioniert, dass nämlich unser Wohlstand daraus entsteht, dass wir den Konsum immer weiter anfangen, wir eine Steigerung haben müssen in der Wirtschaftsleistung. Also Stillstand ist der Tod, war mal eine Liedzeile aus einem relativ alten Lied. Aber Stillstand ist schon ein schlechtes Zeichen. Also ich brauche ein kontinuierliches Wachstum, um das System am Laufen zu lassen. Und das stößt natürlich unweigerlich an eine Logikgrenze. Denn langfristig, wenn ich da nicht das Prinzip ändere, fällt das alles auf uns zurück. Und ehe wir das dann spüren, also die Ressourcenknappheit, können wir auch nur noch ganz schwer gegensteuern oder auch die Zeit zurückdrehen. Das geht sowieso nicht so gut. Insofern wäre jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn in Sachen Ressourcenschonung etwas zu unternehmen. Kleine Schätzfrage vorweg. Beantworten Sie die im Kopf ruhig selber mit. Wie viel Kilogramm Abfall erzeugt jede Person in Deutschland pro Jahr? 300, 600, 900 oder 1300 Kilogramm. Es sind 600 Kilogramm Abfälle pro Person und Jahr. Und der Güterzug, den die Stadt Stuttgart da produziert, ist 130 Kilometer lang. Also verdammt lang. Jetzt werfen Sie das ja nicht alles in die Tonne, in den Altpapier, in den gelben Sack, in den Restmüll. Sondern wenn wir uns die Verteilung mal angucken, sehen wir, dass die Abfälle woanders herkommen. Und da sind wir dann gefragt, wenn es ums Bauen geht. Denn mehr als die Hälfte der gesamten Abfälle sind Bau- und Abbruchabfälle. Einschließlich Straßen. Und das, was wir in die Tonne werfen, das sind nur unten diese Siedlungsabfälle. Das sind nur ungefähr 13 Prozent, gut 10 Prozent. Also wir brauchen einen Richtungswechsel. Aber wie könnte der aussehen? Wenn wir uns das Prinzip anschauen, so wie wir momentan die Wirtschaft betreiben, dann sind das diese vier Schritte. Die werden uns bei der Ökobilanzierung nachher auch wieder begegnen. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Cradle-to-Crave-Prinzip. Das heißt, von der Wiege bis zur Bahre. Wir entnehmen einen Rohstoff, wir machen etwas daraus, wir benutzen das Produkt und wir entsorgen das Produkt. Und das, was wir schaffen müssen, ist eine möglichst vollständige Kreislaufwirtschaft. Und Sie sehen, dass wir die noch nicht haben. Dass nämlich die Phasen des Machens und Nutzens, dass die wiederholt auftreten. Und wir möglichst keinen Abfluss haben in Form von Abfällen. Und das ist dann ein Cradle-to-Cradle-Prinzip. Also ein Wiedergeborenwerden sozusagen in Bezug auf Stoffströme. Und wie mache ich das jetzt? Es gibt drei Ebenen, über die wir uns unterhalten müssen. Das ist die Einsparung von Material, die Einsparung von Fläche und die Einsparung von Energie. Und deswegen gibt es auch dann drei Videos insgesamt, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Material, Einsparung, Ressourcenschonung auf Produktebene. Wie sieht das aus? Relativ einfach. Nachwachsende Rohstoffe verwenden. Möglichst keine Importe verwenden. Sondern wirklich eine möglichst lokale Kreislaufbewirtschaftung generieren. Zertifikate sind dafür sehr hilfreich. Es gibt ein internationales Zertifikat. Das FSC-Zertifikat. Das gilt aber für eben nicht einheimische Rohstoffe überwiegend. Das sind die tropischen, subtropischen und borealen Hölzer. Und daneben gibt es, und das wäre eigentlich unsere Zielgröße, das sind die PEFC-zertifizierten, einheimischen, mitteleuropäischen Hölzer. Und für die Handelskette gibt es das Handelszertifikat noch. Also ich kann bei Holz, muss ich darauf achten, dass ich ein zertifiziertes Produkt auch qualifiziert handle und dann einbaue. Dann bin ich möglichst nah dran an diesem Kreislaufprinzip. Das heißt, ich kann nachwachsende, natürliche Ressourcen verwenden. So sieht zum Beispiel so ein Zertifikat aus. So könnte so ein Haus aussehen. Natürlich nicht. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass wir ein Bürogebäude so konstruieren. Aber das wäre auf dem Weg zum Extrem letzten Endes. Aber auch da finden wir eben nicht erneuerbare Materialien wieder an diesen Stellen, aber auch einen sehr großen nachwachsenden Anteil regionallokal produziert. Das heißt, Möglichkeit 1 auf Materialebene, Ressourcen zu schonen, heißt, nachwachsende Ressourcen zu verwenden. Natürlich gibt es so etwas wie Beton und Metalle, aber dann bin ich schon auf der nächsten Ebene. Das ist die Gebäudeebene. Und wo da der Hebel ist, das sehen wir hier ganz deutlich, dass nämlich weit mehr als die Hälfte der gebundenen Energie im Rohbau steckt. Nicht in der Haustechnik, nicht im Ausbau, nicht in der Fassade, sondern wenn wir über Energie und ressourcenschonendes Bauen sprechen und man kann jetzt Energie, graue Energie auch übertragen auf Emissionen zum Beispiel. Das machen wir in der Ökobilanz dann auch. Dann muss ich an die Konstruktion ran, an den Rohbau ran. Wie mache ich das? Das Prinzip dafür, das kennen Sie schon, das sind diese drei Nachhaltigkeitsprinzipien. Suffizienz, Effizienz und Konsistenz. Das heißt, Einsparung, also Vermeidung von Ressourcen, ist natürlich das oberste Prinzip. Das ist das beste Prinzip. Wiederverwendung ermöglichen. Und das ist ein sehr wichtiges Planungsinstrument. Das heißt, ich muss Konstruktionen zusammensetzen, die ich möglichst einfach dekonstruieren, auseinandernehmen und einem Recyclingprozess zuführen kann. Gucken wir uns gleich Beispiele dazu an. Und ich sollte, das hängt mit dem Prinzip 2 zusammen, ein Upcycling ermöglichen. Das wäre das Optimum, dass ich also möglichst sortenrein das Ganze trennen kann. Denn Recycling ist sozusagen die neutrale Stufe. Also Betonstahl wird wieder zu Betonstahl. Das wäre Recycling. Und möglichst aber auch kein Upcycling, kein Downcycling, Entschuldigung. Das ist ein minderwertigerer Einsatz von Ressourcen. Wenn ich also die Stahlbetondecke zerlege und den Betonabbruch im Straßenunterbau einsetze, dann wäre das ein Downcycling. Das ist kein Recycling mehr. Jetzt ist der nächste Schritt auch wieder logisch. Wenn ich also weiß, dass mehr als die Hälfte der Ressourcen im Abfall aus der Bauwirtschaft kommen, dann ist klar, dass da ganz viel auch zu holen ist. Und dann bin ich im sogenannten Urban Mining. Das heißt, die Stadt, das Gebäude tatsächlich als Rohstoffmine zu betrachten. Und das ist kein kleiner Aspekt. Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Überlegen wir uns zunächst einmal, wie viel Kilogramm Metalle stecken denn so durchschnittlich in einer Wohnung? Ignorieren Sie mal, dass Sie es eigentlich in Ihrer Präsentation schon sehen. Und das sind dann erstaunlicherweise siebeneinhalb Tonnen Metalle in einer 100 Quadratmeter Wohnung. Der überwiegende Teil Eisen, viereinhalb Tonnen, aber auch Blei, Aluminium, Kupfer und Zink in nicht geringem Umfang. Und das verdeutlicht auch nochmal die Notwendigkeit dieser Circular Economy. Was heißt das denn? In unserer gebauten Umwelt werden enorme Materialströme benötigt, bewegt und entsorgt. Kein anderer Sektor steht deswegen unter so einem großen Druck, damit anders umzugehen. Und diese Circular Economy versteht sich als das Designen, Entscheiden und Handlungsweisen umsetzen, um zu einer Kreislaufwirtschaft zu gelangen. Das ist Circular Economy. Das wäre das Ideal sozusagen. Beispiel Japan. Gucken wir uns hier an. Japan besitzt 0% Potenzial, Silber und Gold auf herkömmliche Weise im eigenen Land abzubauen. Aber 16% der weltweiten Goldreserven stecken in sogenannten anthropogenen Lagern. Was das ist, erkläre ich Ihnen gleich. Und ungefähr ein Viertel aller weltweiten Silberreserven stecken in anthropogenen Lagern in Japan. Was sind jetzt anthropogene Lager? Wir müssen da drei Fälle unterscheiden. Die meisten Güter des anthropogenen Lagers befinden sich in Verwendung, das heißt in sogenannten genutzten Lagerstätten. Das wäre ein PKW, den Sie benutzen, eine Wohnung, die bewohnt wird, Geräte, die Sie benutzen und so weiter. Dann gibt es ungenutzte anthropogene Lager, das sind Industriebrachen, stillgelegte Bahntrassen, leerstehende Häuser und so weiter. Und die dritte Lagerform, das sind die sogenannten anthropogenen Ablagerungen, das sind Mülldeponien zum Beispiel, Bergbau und Hüttenhalden oder sonstige Ablagerungen industrieller Abfälle. Wie verteilt sich das jetzt? Urban Mining, Broschüre Umweltbundesamt in Deutschland. Was sind die anthropogenen Materiallager nach Gütergruppen in Deutschland, Jahr 2010? Und da sehen wir ganz links, das größte, absolut größte anthropogene Lager in Deutschland sind die Gebäude, ist der Hochbau. Und da weit, weit überwiegend die mineralischen Stoffe. Gefolgt vom Tiefbau, das sind natürlich Verkehrsinfrastrukturen, Trinkwasser, Abwasserinfrastrukturen und so weiter. Und nur ein ganz kleiner, fast verschwindender Teil sind Konsum- und Kapitalgüter bzw. die Haustechnik. Das heißt, unser Urban Mining Potenzial steckt in Gebäuden drin. Und jetzt gibt es zwei Prinzipien. Wenn ich neu konstruiere, ist es ja werterhaltend, wenn Sie so konstruieren, dass Sie direkt quasi dieses anthropogene Lager mitdenken, also Rückbau- und Recyclingfreundliche Konstruktionen schaffen. Und das ist das zweite Gesichtspunkt, der wird immer wichtiger ist, wenn Sie bestehende Gebäude rückbauen, an diese Materialien ranzukommen. So, jetzt ein paar Beispiele dazu, wie es utopisch aussehen könnte. Also das Flaschenhaus in den USA. Aus alten Holzdielen gestaltete Fassaden, nämlich aus Kabelrollen, die Hölzer verwendet. Dann entsprechend unten links auch Abfall als Fassade oder auch nachwachsende Rohstoffe als Fassade, strohgedämmte Gebäude. Das sind sicherlich Exoten, aber das gibt es auch auf ganz handelsüblicher Ebene als Bürogebäude. Für die Aufstockung, Sie sehen da in der Abbildung rechts oben die Aufstockung, verwenden die Planer fast ausschließlich bereits vorhandene Bauteile aus Rückbauten. Und das ist für die Planung wichtig. Und wenn Sie Auditorinnen und Auditoren werden möchten, werden sollten, dann ist das Ihre Schlüsselfunktion, den Planungsprozess umzukehren. Der fängt nämlich dann an mit der Materialsammlung, die ich zur Verfügung habe aus Rückbau vorhandener Strukturen. Oder auch hier anderes Konzept oder ähnliches Konzept, anderes Gebäude, das Rathaus in Korbach. Da werden 5400 Tonnen Betonbruch wiederum eingesetzt, zur Hälfte wiederum eingesetzt im Neubau, zur Tragstruktur. Sie können es selber lesen, also eigentlich ganz normale Gebäude mit einem sehr, sehr hohen Recyclinganteil. Oder Verwendung nachwachsender Rohstoffe, einheimische zertifizierte Hölzer kamen hier überwiegend zum Einsatz. Sortenreihen trennbare Metalle sehen Sie rechts unten. Und das zentrale Kriterium der DGNB ist hierbei Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit der Konstruktion. Am Beispiel der Fassade mal erläutert. Wärmedämmverbundsystem ist eine überwiegend geklebt und gedübelte Konstruktion. Das heißt, die Tragstruktur, das Dämmmaterial und das Finish, also die äußerste Schicht, sind geklebt und nur relativ schwer voneinander zu trennen. Ein Schritt besser ist jetzt die Verwendung eines sogenannten Fassadenpanels, wo dann die Dämmplatte mit Finish demontierbar an der Tragstruktur befestigt wird. Und als letzter, als bester Schritt, die sogenannte vorgehängte keramische hinterlüftete Fassade, die ich komplett demontieren kann. Und das werden Sie letzten Endes auch tun zur Vertiefung dieses Themas. Sie untersuchen die Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit eines Gebäudes. Da steht Ihnen dann auch ein Excel-Tool zur Verfügung, was Sie im internen Bereich dann finden. Nicht vorenthalten will ich Ihnen, dass auch der Freiraum zwischen den Gebäuden sozusagen auch eine wichtige Rolle spielt bei ressourcenschonendem Bauen. Das möchte ich hier aber nicht vertiefen, weil es dazu auch andere Module an der Hochschule Koblenz gibt. Ich will Ihnen hier nur zwei Beispiele zeigen, wie ressourcenschonendes Bauen aussehen kann im Freiraum. So, das war der erste Teil. Und im zweiten Teil werden wir uns jetzt anschauen, wie ressourcenschonendes Bauen mit der Einsparung von Flächen zu tun hat. Also, schauen Sie sich das zweite Video an und wir sehen uns dann im zweiten Video wieder.